Der Kampf geht weiter. Das Geheimnis liegt verborgen hinter den Worten. Kaleon. Kaleon ist eine Fantasy-Geschichte für Erwachsene und hat das Lesegefühl eines historischen Romans. Die vielschichtige Handlung gleicht einer gewobenen Tapisserie, die süchtig macht nach mehr. Der Leser begegnet einer rauen, feudalen Welt, die historische Tiefe und Hypotheken einer gewaltsamen Vergangenheit besitzt. Es ist aber auch eine Geschichte des Aufbruchs aus der Beengung des eigenen Standes und der gesellschaftlichen Bestimmung. Es ist eine Geschichte der ungleichen Gegensätze, die doch zueinander finden können. All dies geschieht unter dunklen Vorzeichen einer Völkerschlacht, dem klassischen Sujet des Fantasy-Genres. Bestellbar, idealerweise beim Peri-Planeta-Verlag, aber auch zu finden über meinen eShop. Und ja, natürlich auch käuflich über die berühmte Shopping-Plattform aus Mordor. Und natürlich auch in allen nur erdenklichen Buchhandlungen und Buchversenden etc. 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 Wir machen jetzt weiter im Programm hier. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Escapismo. Ich dachte, wir runden das jetzt mal als eine kleine Heavy-Metal-Trilogie ab und bringen noch ein weiteres Heft ins Spiel. Nämlich die März-Ausgabe von 1978. Und gehen das mal durch. Das wird sicher etwas flotter gehen als das letzte Mal, weil viele der Künstler, die hier drin sind, hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe mal genauer angeguckt. Und ich fange da gleich mal an mit dem hervorragenden Cover. Das ist sicherlich eines der gelungensten Heavy-Metal-Cover dieser Ära damals. Es ist ein Spread, also man kann das so aufmachen und das ganze Bild in Augenschein nehmen. Die Grafik stammt von Jim Burns, der ein Walise ist und eigentlich ein Illustrator von Science-Fiction-Büchern. Und ich vermute mal, dass diejenigen von uns, die gerade Science-Fiction-Bücher mögen und vielleicht mal so die Paperback-Ausgaben der 70er, 80er Jahre kennen, vielleicht manch ein Cover-Motiv von ihm gesehen haben. Das hier würde ja wunderbar zu einem Isaac Asimov-Roman passen, finde ich. Es hat durchaus diese Atmosphäre. Diese Ausgabe beginnt lustigerweise mit einer Karikatur. Und zwar von Charles Vess, der hier, als er das Bild hier machte, 25 Jahre alt war. Und das ist natürlich ein vertrautes Motiv, das Selbstporträt des Comics-Zeichners. Das ist etwas, was ich schon bei RG gesehen habe, bei Möbius. Ich glaube, viele Comics-Zeichner haben sich früher oder später mal selbst porträtiert am Zeichenbrett, aber stets eben augenzwinkernd mit einem Sinn für Humor. Einerseits wird hier so die Geisteswelt des Künstlers offenbart, aber zugleich auch vielleicht auch ein bisschen die alltägliche Misere des Comics-Künstlers, der auf jeden Fall kein luxuriöses Leben führt, sondern eher sich den ganzen Tag nur seinem Rücken schadet und dessen Reichtum mehr in seiner Fantasiewelt Ausdruck findet. So, hier sind wir wieder bei Richard Corbin und seiner Dan-Geschichte. Das hier ist die letzte Episode aus der Reihe. Und es ist natürlich die gewohnte Airbrush-Orgie, wie man es von Richard Corbin in der Zeit erwartet. Die Mammophilie ist natürlich wieder entsprechend gewaltig hier. Natürlich musste sich damals Corbin anhören, er sei ein Pornograf, was als Behauptung sichtlich unverschämt ist, zumal die Kritiker damals noch keine Ahnung hatten, was alles so auf sie in den 80er Jahren zukommt. Und verglichen damit waren ja diese nudistischen Experimente der 70er Jahre dann noch vergleichsweise harmlos. Da gab es dann noch ganz andere Geschichten. Die Atmosphäre von dieser Geschichte ist ja sehr überzeugend. Also wenn die Idee oder die Aufgabe darin besteht, eine fremdartige Welt, eine Art Paralleluniversum oder eine Art andere Dimension zu porträtieren oder zu zeigen und dafür zu sorgen, dass es sich auch entsprechend fremdartig anfühlt, dann ist diese Aufgabe hier hervorragend umgesetzt worden, weil diese Geschichte auf jeder Seite und in jedem Panel diese seltsame transdimensionelle Fremdartigkeit geradezu atmet. Interessant finde ich so Details wie zum Beispiel die Haare. Das ist wirklich fantastisch umgesetzt und etwas, das eindeutig Erwähnung verdient. Auch nett hier dieses Detail, dass man so diesen unmittelbaren Augenkontakt mit der Flugechse hat. Das ist schon alles sehr großartig gemacht. Die Schlussseite als Splash Screen macht ziemlich deutlich, welchen Vorteil auf dem Spielfeld man besaß, wenn man damals als Airbrusher seine Comics machte. Das hier ist ein gutes Beispiel dafür, wie manchmal die Druckqualität in diesen Ausgaben nachließ oder einfach verhunzt wurde. Das ist eine Illustration zu dieser Kurzgeschichte, ebenfalls bei Charles Vass. Und hier kann man natürlich sehen, dass sich zwischen dem Blaudruck und dem Rotdruck irgendwas leicht verschoben hatte. Was man dann an diesen Stellen hier merken kann, plötzlich wird alles so leicht unscharf. Und bei genauerem Hinsehen kann man ja entdecken, dass eben die ganzen Linien verschoben sind. Das passierte halt manchmal. Das ist die Fortsetzung dieses zweiteiligen und äußerst poetischen mittelalterlichen Abenteuers von Mora und Garcia. Kein Zweifel, dass Garcia ein König der Schrafur ist. Und nach wie vor finde ich, ist es eine sehr ungewöhnliche Art zu zeichnen, zumal es einerseits diesen extremen Realismus besitzt, aber die Methodik hierbei sehr abstrakt ist. Das erschafft eben so einen seltsamen Widerspruch aus Vertrautheit und Fremdartigkeit. Was aber möglicherweise keine so schlechte Idee ist, wenn man eine Geschichte erzählt, die sich im tiefsten Mittelalter abspielt und durchaus ein bisschen fremdartig rüberkommen soll. Beinahe so, als würde man eine heimliche Zeitreise machen und hätte dabei aber ein bisschen Probleme, ein klares Bild zu sehen von dieser Wirklichkeit, deren Zeuge man da ist. Oder was auch immer. Hier geht es weiter mit Planet Diabolik, Diabolical Planet, der zweite Teil, die Abenteuer von Maurice White. Hier ist auf jeden Fall deutlich mehr Weltraum zu sehen und das Ganze hat deutlich mehr von Science Fiction. Das Ganze ist natürlich extrem komödienhaft und satirisch und schon erkennbar daran, dass Maurice White für seine planetarischen Ausflüge de facto ein Heldenkostüm trägt. Aber alles in allem ist das eine super verspulte Geschichte. Und hier geht es natürlich weiter mit Urm Le Fou von Drouillet. Zuletzt hat der Urm diesen riesigen Palast betreten mit dieser tempelartigen Großhalle und genau da geht es ja auch hier dann weiter. Gods of my masters, I loathe you. Ein sehr niceanischer Ausruf. Und diese ganze megalomanische Ausstellung, die wir hier in drei Heften lang verfolgen, dreht sich letztendlich nur um diesen einen Augenblick der Empörung und der Heresie. Drouillet ist vollkommen durchgeknallt, wenn man das so als ein Comic auswertet. Da werden einfach keine Grenzen mehr anerkannt. Und das hier ist der nächste großartige Spread. Wir können da immer zunehmend mehr von dieser megalomanischen Architektur sehen. Allerdings erfahren wir ein bisschen mehr über die Bewohner dieser Welt und konfrontieren uns mit so Dingen wie es mutet an wie so eine Form von Kannibalismus, das hier bei dieser Festivität betrieben wird. Und gleich der nächste Spread. Nun, wer hätte das hier nicht gerne als ein Poster? Also wirklich. Das ist ja auch ein großartiges Spiel mit Widersprüchen, weil es einerseits diese sehr dunkle, düstere Erotik besitzt, aber diese wird dann mit extrem bunten Farben zum Ausdruck gebracht. Das ist in sich ja wirklich ungewöhnlich, aber gleichzeitig scheint es ja doch auch ein bisschen dieser 70er Jahre zu reflektieren. Diese ganze Buntheit und diese Freude an den Farben ist etwas, was sichtlich aus den 60ern transportiert wurde, aber gleichzeitig galt ja das Ende der 60er, um da mal vielleicht quer auf so Leute wie Hunter Thompson zu verweisen. Es herrschte ja auch eine gewisse Art von Katerstimmung der 70er Jahre und sichtlich auch eine Verdüsterung des Fantastischen. Und das kommt hier, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck in dieser Geschichte, die bis ins letzte Detail zu verstehen mir eigentlich nicht wirklich gelingt. Aber das war vielleicht bei Truje auch nicht die Absicht, sich dazu detailliert zu erklären. Es sind ja mehr so verstörende Impressionen. Tja, Urm hatte sozusagen seinen Aufschrei aufgesagt und rennt inzwischen weiter. Das hier ist eine kurze Anekdote von Alain Vos, oder Al Vos, der ein brasilianischer Zeichner war. In dem letzten Heft war ja auch schon etwas von ihm drin, das allerdings in einem deutlich anderen Stil gezeichnet wurde. Und das hier ist eine super schräge Story, die man heutzutage absolut mit einem Shitstorm belegen würde und als politisch unkorrekt und sexistisch oder was auch immer verdammen würde. Es ist eine witzige Idee dessen, dass es diesen Truck hier gibt, der irgendwelche heißen Nixen in Hotbands als Anhalter mitnimmt. Aber wenn die erstmal drin sind, stellt sich heraus, dass der Fahrer fast wie so eine Art Untoter das Ding fährt. und in Wirklichkeit ist der Lastwagen oder der Truck selbst eine eigene Entität. Der Fahrer ist dabei nur noch so eine Art Zombie. Und vielleicht wurde das ein bisschen von Steven Spielbergs Duell beeinflusst. Auf jeden Fall läuft es darauf hinaus, dass die Anhalterin hier mit irgendwelchen Tentakeln penetriert wird. Aber letztendlich mit dem Ziel, dass die Maschine ihr das Blut aussaugt und auf diese Art und Weise weiterfahren kann, weil das in Wirklichkeit der Treibstoff für diesen Horror Truck ist. Und hier im letzten Panel sieht man natürlich die nächste Anhalterin, die gerade von ihren Tennisstunden nach Hause geht und scheinbar per Anhalter fahren möchte, inklusive einer durchaus obszön angedeuteten Kamelzehe unter ihrem Minirock. Da hält sich Alvoss nicht wirklich zurück. Das hier ist mal eine andere, ganz andere visuell super reizvolle Sache. Und zwar die Abra Cux Effect von Nicolet. Nicolet hieß Jean-Michel Nicolet und hatte ungefähr 1970 begonnen, Comics und Cartoons zu veröffentlichen. War aber wohl eher ein Maler, Künstler und Illustrator. Hatte viel, glaube ich, für das Herrenmagazin Louis gearbeitet. Und das Interessante an ihm, wenn man sich diese Arbeiten hier anschaut, ist, dass er ausschließlich solche Geschichten in Öl und Acryl gemalt hatte, was man damals ja auch nicht jeden Tag sah. Also das waren schon auch richtig irre aufwendige Sachen, sowas herzustellen, weil jedes Paneel einfach dieses vollständige kleine Acryl-Gemälde war, was dem Ganzen natürlich einen sehr ungewöhnlichen Look gibt, der einerseits sehr fantastisch anmutet, aber zugleich eben diesen fast atemraubenden Realismus besitzt. Und damit scheint er ja jetzt hier viel Spaß gehabt zu haben. Also das ist sehr effektiv. Erneut trägt dieser untypische Arbeitsstil dazu, eine sehr plastische und sehr eindrucksvolle Fremdartigkeit dieser Welt zu erschaffen. Und das wirkt natürlich sehr gut. Ich habe es natürlich hervorragend gemacht. Ja, es ist unglaublich viel Arbeit für die paar Seiten Comics. Das ist mega aufwendig, weil bei sowas lassen sich einfach keine Abkürzungen schlagen. Heute würde man vermutlich eine Menge dieser Arbeit sich sparen können, indem man einfach seinen Computer rauchen lässt. Und ich glaube, es gibt heute auch richtige Comics-Arbeitssoftwares, die allerlei Sachen erlauben. Und in diesem Sinne würde man das heute vermutlich in einer deutlich kürzeren Zeit umsetzen können. Aber damals gab es das nicht. Da musste man einfach die Leinwand aufstellen und einfach loslegen. Das hier ist Orion. Orion war von Gray Morrow. Und den hatten wir in der letzten Ausgabe gesehen. Der hatte ja diese interessante Hybriden-Geschichte laufen mit Roger Zelazny. Und wie gesagt, der Typ war ein großartiger, klassischer Illustrator und Zeichner. Ich finde seinen Stil wirklich toll. Natürlich wirkte sein Zeichenstil hier an dieser Stelle also inmitten der 70er Jahre oder eher am Ende der 70er Jahre ein bisschen antiquiert. Das atmet halt irgendwie schon noch diesen Charme der späten 50er und frühen 60er, finde ich. aber was man nicht in Abrede stellen kann, ist dieser großartige Stil, den er hatte. Also das war ein wirklich hervorragender, hervorragender Zeichner und Maler. Also das ist schon gigantisch. Und die Kolorierung ist auch hervorragend. Er hat eben auch so eine eigene farbliche Handschrift, die ein bisschen so eine Art Fremdartigkeit hervorhebt. Aber ich finde, es funktioniert fantastisch. Graham Morrow hatte ja auch in den 50ern ganz viel für oder eher Anfang 60er glaube ich ganz viel für das Galaxy Magazin Titelillustrationen gemacht. Also wer das Galaxy kennt, wo er auch so Leute wie Asimov und vielleicht Ray Bradbury und so ihre Kurzgeschichten publizierten. Da gibt es paar bekannte Cover, die jeder schon irgendwann mal glaube ich irgendwo gesehen hatte. Und Graham Morrow war auf jeden Fall einer der Illustratoren von Galaxy. Und der hat ja auch ziemlich gut Tarzan gezeichnet. Er besaß halt einfach diesen sehr realistischen Stil. Und damit hatten die bei Heavy Metal nicht wirklich ein Problem. Obwohl man natürlich sagen muss, Heavy Metal ist ja meistens sehr auf irgendeine Art von verkünstelte Abstraktion fixiert oder bestimmte Formen des Cartoons. Aber so ein richtig klassischer, realistischer Zeichner würde hier auch mal abgedruckt. Ich finde das hervorragend. Ich muss aber auch gestehen, ich bin ein richtiger Sucker für den klassischen Zeichenstil gerade der 60er Jahre. Also das gefällt mir immer sehr, sehr gut. Wie auch immer. Demgegenüber geht es hier weiter mit die Airtide Garage Möbius. Das ist natürlich eines der berühmten populären Major-Grubert-Motive. Major-Grubert has decided to change levels. Was immer das bedeutet. Und alles, was wir erleben, ist einfach diese ungewöhnliche, vollkommen intuitiv gezeichnete Sequenz, wo Major-Grubert einfach in dieser fremdartigen Welt auftaucht. die ihm gar nicht so fremd ist. Er schlendert halt da so durch. Da findet irgendeine lokale kulturspezifische Zeremonie statt. Er ist offensichtlich unterwegs und sucht jemanden, mit dem er scheinbar verabredet ist. Also man bekommt ja immer irgendeine weitere Information. Aber man darf sich nicht darauf einschießen, dass das irgendwo besonders hinführt. Es ist einfach nur befremdlich faszinierend. Großartig. Das ist auch ein ganz toller Grubert hier. Gefällt mir ausgesprochen gut. so hier finden wir die Fortsetzung von 1996 von Chantal Montellier. Das ist natürlich viel Gesellschaftskommentar. die besuchen hier so eine Art eigentlich ist es einfach so eine Art Schrottplatz mit Autowracks und in die Mitte hat jemand diese Statue hingestellt und das Ganze letztendlich zu einem Besucherpark erklärt oder zu so einer Art Monument oder Denkmal. Da steckt natürlich viel Gesellschaftskommentar drin, aber es ist auch interessant das in Kontext der Zeit zu sehen, in der das gezeichnet wurde, denn Ende der 70er Jahre, naja, wir erleben, glaube ich, die ersten Risse in der Wand bezüglich einer gewissen Fortschrittsgläubigkeit der Menschen, die in den 60ern extrem stark war und in den 70ern immer noch sehr stark war, aber man erkennt das ja auch an den Spielfilmen, die oder an den Science Fiction Filmen, die zunehmend diesen Übergang von einer Utopie, zu einer Dystopie markieren und diese sich immer mehr einschleichende Vorstellung oder Überzeugung, dass die Zukunft der Menschheit ein einziger riesiger Schrotthaufen sein wird. Es hatte aber auch gleichzeitig diese Art von befremdlicher, aber auch augenzwinkender Ignoranz dieser Leute, die sich das im völligen Ernst angucken, als wäre daran wirklich irgendwas sehenswert. Und die Profilzeichnungen hier sind wirklich großartig, muss ich schon sagen. Ja, das andere Interessante daran ist ja diese vollkommen verhunzte Sprache, die sie hier benutzt und die wahrscheinlich jemand für die englische Ausgabe von Heavy Metal mühselig übertragen hat, damit das im Englischen genauso funktioniert wie im Original. Das ist manchmal ein bisschen nervig, das überhaupt zu entziffern, was die zueinander sagen, weil ja alles in so einer seltsamen pseudofuturistischen Phonetik gehalten ist. Aber ich habe mich auch daran erinnert, dass genau denselben Handgriff oder genau denselben Manierismus Jean-Yves Métain benutzt hat in seiner Chronik der Barbaren, als er eben vor dem Problem stand darzustellen, wie sich irgendwelche Wikinger untereinander unterhalten und eben auch diese seltsame Sprachgermanisierung vorgenommen hatte. Das war ja dann wiederum sehr lustig, das dann in der deutschen Übersetzung umzusetzen, weil das alles irgendwie verständlich ist aus der Phonetik heraus, aber jeder Satz ist irgendwie total verschroben. Ist ja ganz klar, dass nicht jeder für sowas Geduld hat, das zu lesen. Das hier ist ein kleiner Einseiter von Jean-Louis Tripp, der sich interessanterweise Jean-Louis Tripp mit einem P unterzeichnet, wahrscheinlich im Sinne der amerikanischen Ausgabe, denn eigentlich war sein Name Tripp mit zwei P Das ist richtig cool gezeichnet, finde ich. Das ist eine kleine Anekdote und das Motiv darin ist nicht ganz so neu. Das ist eben eine Art Ja, heute würde man das als Meta bezeichnen, wenn plötzlich die Motive auf dem Papier des Zeichners zum Leben erwachen. Und diese zwei Sphären, also die Wirklichkeit, also die Welt des sich selbst porträtierenden Künstlers und seiner Ägüsse quasi plötzlich interagieren auf irgendeine Art und Weise. In dem Falle ist es allerdings eine relativ gewaltsame Interaktion, weil der Comics Künstler hier einen Gangster gezeichnet hatte, der das gleich zum Anlass nimmt, um sein Magazin in seine zeichnende Hand zu leeren. Ich habe ja mal sowas sogar als DC Comic mal gelesen, da ging es darum, dass die Gerechtigkeitsliga aus irgendeinem Grund in eine dieser zahlreichen Alternativerden reisen muss, und zwar die Prime Earth und Prime Earth ist quasi offiziell im DC Lore ist sozusagen unsere Erde und auf unserer Erde gibt es keine Superhelden, aber wir haben Superhelden Comics und da entstand dann diese Metasituation, dass die vertrauten Gestalten des DC Comics da durch die Gegend laufen und vollkommen schräg von Leuten angesehen werden, die sie zwar und ist ein Metaspiel, das letztendlich naheliegend ist und früher oder später glaube ich jedem mal in den Sinn kommt, das zu machen. Diese andere Geschichte hier Underground stammt von einem Künstler namens Stuart Nessin aus dem Jahr 1977 zu dem Künstler kann ich wirklich nicht sagen, weil ich den nicht kenne, aber es offenbart sich schnell, dass das eine sehr bissige satirische Auseinandersetzung ist mit der mit dem zwanghaften Lebenswandel von Menschen, die gezwungen sind täglich in die Arbeit zu pendeln und die dabei alle möglichen hier überzeichnet dargestellten Absurditäten erfahren. Es ist also eine Art von Gesellschaftskommentar und eine überhöhte Satire auf ein Alltagsleben, das im Grunde vollkommen Wahnsinn ist, aber wir gestehen uns eben nicht ein, dass es totaler Wahnsinn ist. und ich kann schon sehr gut verstehen, dass das etwas ist, wo ein Künstler sich gerne mal darüber auskotzt. Einige Leute haben, glaube ich, sehr krasse Arbeitswegerfahrungen hinter sich im Verlauf ihres Lebens das variiert wahrscheinlich von Land zu Land, aber gerade der Kapitalismus liebt es ja, die Leute zu Tausenden in irgendwelche Blechdosen zu pferchen und sie dann irgendwo quer durch die Stadt zu kutschieren, damit sie abends dann den umgekehrten Weg wieder zurückfahren. Das ganze Lettering ist ziemlich gut und interessant hier. Es ist schon ein sehr typischer und sehr klassischer Underground Stil. Ja, und hier ist dann natürlich Barbarella von Jacques-Claude Forrest. Ich war ja nie ein sehr großer Barbarella Fan, muss ich gestehen, wobei ich Forrest hoch anrechne, dass er sich selbst nie so richtig ernst genommen hat mit der Geschichte Das ist ja alles sehr komödienhaft und sehr augenzwinkert gemeint. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Jacques-Claude Forrest mal richtig gut abkassieren konnte, als sie eben seine Superheldin verfilmt hatten in den 60er Jahren. Das ist ja immer das, wo ich mich am meisten eigentlich freue, wenn ich höre, dass an Comics verfilmt wird. Ich kann gut verfilmte Comics wahrscheinlich auf einer Hand abzählen und diese Hand müsste wahrscheinlich noch nicht einmal alle fünf Finger haben. Also ich bin kein großer Fan von Comics verfilmungen auch wenn ich mir dessen bewusst bin, dass das große Spiel heutzutage ist und dass tonnenweise die allerteuersten Filme die heute entstehen zumeist Comics verfilmungen sind. Ich finde das alles teilweise miserabel und umgeachtet dessen wie teuer es war und mich interessiert dann auch nicht dass es 200 Millionen gekostet hatte wenn das Drehbuch einfach nur Schwachsinn ist und es tut wirklich nichts für die Comics Welt also diese Illusion dieses neoliberale Geschwafel das dann halt wenigstens sozusagen damit der ohnehin darbende Comics Markt angeheizt wird ist wenn man genauer hinschaut ist nichts daran wirklich wahr und so viele Leute laufen dann herum und nennen sich Comics Fans aber lesen im Grunde kaum Comics sondern beschäftigen sich nur damit was halt als die nächste Permutation bei Marvel rauskommen wird und wer ist als nächster dran und blabla und deswegen wenn ich höre dass Comics verfilmt werden meistens freue ich mich für die Künstler weil man dann davon ausgehen kann dass die sich wenigstens mal irgendein nettes Landhaus für das Honorar kaufen können und dort in Ruhe arbeiten können ohne unmittelbar ständig einen Druck im Nacken zu haben was man hier den Barbarella hoch anrechnen muss ist dass ja diese zwei Protagonisten ein ziemlich ausgefallenes exzentrisch aussehendes Raumschiff haben was sich ja von außen immer so toll zeichnet wenn das so kurvig ist und so asymmetrisch aber Jean-Claude Forest natürlich erdrückt sich nicht davor es dann entsprechend auch innen zu zeigen und das sind ja alles sehr interessante sehr asymmetrische Interiors die die vom Modell auch nicht so leicht zu zeichnen sind wie gesagt die Kolorierung von Barbarella ist ja durch die Jahre immer bunter und bunter geworden das hat ja als schwarz weiß Strip angefangen dann die die frühen Ausgaben aus den 60ern die hatten ja meistens eine einzige Zusatz Farbe was glaube ich für mich visuell die schönste Variante davon war aber hier ist das ja natürlich farblich vollkommen außer Kontrolle und ja damit wären wir durch und das war die Ausgabe März 1978 des Heavy Metal Magazins und ich mache hier jetzt mal Schluss und verspreche dass für die nächste Video Episode von Escapismo ich nun was ganz anderes machen werde lasst euch einfach überraschen ich bin sicher es wird etwas sein bei dem man ein wenig die Augenbrauen hochhebt wir werden sehen ich weiß es selbst noch nicht bis bald was und eben zu wir sagen nicht gut wir die te ei